Musik 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 Steffen macht damage Nein? Teile Gruppe mit Weil die kriegt schon schon Ja hoffentlich hat er dann noch Loot, wenn ich plötzlich Level über dem bin Ich bin da zu nah an dem dran zu stehen, da wird mich jedes Mal aus der Deckung raus Ich stehe in ihm drin und wurde noch nie weggekickt Ja ich werde den nicht weggekickt, ich werde halt nur aus der Deckung gekickt Sonst stehe ich halt dann da, aber ich habe die Deckung nicht mehr Also mich hat auch schon ein paar unzerkrochen Musik Ich kann leider nicht verstanden zu tief weg Eine harte Notzeit, ohne Zeit Ich stehe hier nur abgewehrt, abgewehrt, abgewehrt Hehehe Du nix kannst, du Affe Hat er sich schonmal geheilt oder so? Nein, er hat keinen Krasfall Nein, er regeneriert einfach so, die Lebenspunkte gehen zurück Jetzt habe ich einen Riva von der Deckung Jetzt habe ich einen Riva von der Deckung Und wie viele hat er noch? 300.000 A 1 A 3 A 3 2 ... 2 3 4 5 5 Musik Sie stand am Anfang noch unter dem Boss, wirst du es dir einfach mal zu weit. Also der Boss geht wirklich ein bisschen weiter. Ich hab die Agro! Oh, der KPP? Tausend. Oh Gott, was ein Schrott. Oh, das lila ne, da hätte ich nie. Stärker Ausdauertritt. Oh, die Boots, die kann ich brauchen.